Ich bin Alexandra, ich unterrichte NIA und zeige dir, wie du die 52 NIA Bewegungen in dein Leben integrieren kannst. Und du siehst mich die heutige Bewegung schon machen, es heißt A-Stance. So you already see me doing the move, it's called A-Stance. The feet are parallel pointing forward and they are a little bit farther apart than shoulder widths. So if I would lie down, my shoulder would directly fit there. You can simulate it with the hands. Alright, and I'm like riding the balls of my hip joints. Ich balanciere auf meinen Hüftgelenkskugeln. Der Oberschenkelknochen bildet diese wunderschöne Kugel, die Pfanne dann und da kann ich balancieren und dynamische Leichtigkeit wahrnehmen. So as I balance, I also sense for dynamic ease in my legs, in my pelvis. And what I really like to do, together with this dynamic ease, this intention of claiming my space. Also was mir besonders Spaß macht, was mich besonders berührt, ist mit dieser dynamischen Leichtigkeit auch diesen Intent zu haben, die Absicht zu haben, wirklich meinen Raum einzunehmen. So that's A-Stance, I hope you liked it. If you did, please also check out nianow.com, nian-sun.de and I'm looking forward to seeing you again soon. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, A-Stance kennenzulernen und du findest mehr über nianow.com und nian-sun.de und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao. Ciao.